Steuern sparen mit den doppelten Behindertenpauschbeträgen für das Jahr 2021. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ab dem 1. Januar 2021 gelten in Deutschland für alle Behinderten neue steuerliche Pauschbeträge. Nicht nur Rentnerinnen und Rentner, die eine Altersrente beziehen, sondern auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können von dieser Neuregelung nur profitieren. Neu ist ab 2021, dass die Pauschbeträge grundsätzlich ab dem Grad der Behinderung von 20 gelten. Die Behindertenpauschbeträge gelten immer für stufenweise Anhebung von einem GdB von 10, das heißt also 20, 30 bis 100. Alle Pauschbeträge aus dem Jahr 2020, die da noch galten, wurden ab dem Januar 2021 verdoppelt. So gilt ab 2021 für einen Grad der Behinderung von 50 ein Pauschbetrag von 1.140 Euro statt im Jahr 2020 von 570 Euro. Für behinderte Menschen mit einem Merkzeichen Hilflos oder Blinde oder Taubblinde wurde der bisherige Pauschbetrag von 3.700 Euro auf 7.400 Euro ab dem Veranlagungsjahr 2021 verdoppelt. Ab 2021 sind die besonderen Zugangsvoraussetzungen für die Bewilligung eines Pauschbetrages für einen Grad der Behinderung von 30 bis unter 50 weggefallen. Das heißt also, Betroffene, die im Jahr 2020 einen Grad der Behinderung von 30 hatten zum Beispiel, konnten diesen steuerlichen Pauschbetrag nur dann geltend machen, wenn die Behindertenbehörde entweder bewilligt hat, dass die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt hat. Ich muss das hier ablesen. Oder die Behinderung beruhte auf einer Berufskrankheit oder dem Betroffenen wurde wegen seiner Behinderung eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen zuerkannt. Alle diese besonderen Zugangsvoraussetzungen gibt es ab dem Veranlagungsjahr 2021 nicht mehr. Das heißt also, wer einen Grad der Behinderung von 20 hat, der kann beim Finanzamt bei seiner Steuererklärung für das Jahr 2021 einen gesonderten Pauschbetrag geltend machen. Man braucht also jetzt nicht mehr nochmal extra bei der Behindertenbehörde irgendwas zu beantragen, sondern diese besonderen Zugangsvoraussetzungen sind Gott sei Dank weg. Daher lohnt es sich wirklich für alle Rentnerinnen und Rentner, die eine Altersrente beziehen oder eine Erwerbsminderungsrente beziehen, stellen Sie einen Antrag auf Behinderung oder eine Schwerbehinderung ab dem Grad 50. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn Sie können mit den neuen Pauschbeträgen steuerrechtlich gesehen Steuern sparen oder sogar Steuerzahlungen vermeiden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel